Hallo bei Lippos Video. Heute mal ein bisschen dunkler hier. So, mir ist hier ein Fehler passiert bei dem Messer. Das war es bei den Luftschalen. Die werde ich jetzt abschlagen. Dazu benutze ich ein geschmiedeltes Messer von mir. Der erste Alu-Beuzen ist durchgeschlagen. Der zweite auch. Und hier. Sieht man das? Das ist mein Werkstatt-Wasser. Im Übrigen. Keiner da beschädigt worden. Ich könnte das mal wieder entrosten, aber keiner ist. Nennenswerg von der Schäden. Dann muss man die Reste der Stifte rauschleihen und dann hat sich das erledigt. Das ist mein Messer in Gebrauch. Keine Betrinenstückchen. Oh, das ist so etwas. Ich muss es sein. Super. Tiere. Gesundheit. Vielen Dank.